Hi ihr Schönheitsgöttinnen. Heute wollte ich mal eine Hilfe von euch und zwar möchte ich heute Abend weggehen und weiß nicht, welches Parfüm ich benutzen soll. Ich habe die zweite Auswahl, das ist einmal vom Bollyshop und dann eines von Betty Warkley und ihr müsst mir mal sagen, welches ihr besser findet und zwar, das ist das erste. Komm mal. Oh, Alter! Das soll die Säule, das soll! Ja, schwierig, ne? Ich weiß auch nicht, genau. Also hier nochmal das erste. Volle Sauge, Junge! Scheiße! Voll das Zeug, Junge! Mensch, mein Scheiß! Okay, jetzt... Ich komme jetzt! Python Teenage Jitek Universalist